Wie lang werden eigentlich Beinhaare? Können sie genauso lang werden wie die Kopfhaare? Du weißt natürlich, dass sie irgendwann plötzlich nicht mehr wachsen und das liegt daran, dass diese Zellen hier eine andere Information haben und die Wachstumsphase begrenzt ist. Das heißt, es wächst nicht unendlich lang, sondern vielleicht nur ein bis zwei Jahre oder deutlich kürzer, bevor ein neues Haar wächst.